Hallo, hier ist hier eure Destiny Gameson. Heute nicht nur Tobi und Basti, sondern auch noch Lorenz und Nick. Nick und Lawrence, genau, stellt euch einfach mal ganz schnell vor. Ja, hallo, ich bin Nick. Ihr habt meine Stimme bestimmt schon in anderen Videos gehört. Und ja, ich wollte mich nur nochmal persönlich vorstellen, da die meisten mich ja jetzt noch nicht kennen. Ja, Lorenz. Ja, ich bin Lorenz. Erstmal hallo an alle, die von ConCraft da sind. Und ich spiele mit Minecraft und spiele auch Call of Duty. Ja, das war's ja eigentlich schon ziemlich mit kurzem Vorstellen. Tobi, willst du erstmal direkt zum ersten Punkt kommen? Und yes, das war's. Ja, genau. Unser erster Punkt war, dass wir uns erstmal für die negative und positive Kritik bedanken wollten, die wir in den letzten Tagen bekommen haben. Oder beziehungsweise beim letzten Tag. Ja, wir sind sehr davon überrascht geworden, so ein positives, beziehungsweise auch ein paar negative Stimmen bekommen zu haben. Das hilft uns sehr, unsere Videos zu verbessern. Ja, das sehe ich natürlich genauso. Und was mir, sag ich mal, noch direkt am Herzen liegen würde, ist halt, dass wir direkt auf eure Spielwünsche eingehen. Ich hab schon, also wir gehen erstmal, das kann ich nochmal kurz sagen, wir lesen uns jeden Kommentar durch und eigentlich auch kommentieren wir die meisten oder nehmen die meisten auch wahr. Ähm, nur wir wollen halt nochmal jetzt explizit wissen, welche Spiele ihr sehen wollt. Weil wir haben zwar, ich hab's zwar schon gesehen, dass bei Facebook, äh, bei Facebook, ach, ich glaube, ja, blablabla, ähm, dass bei YouTube unter den Videos da, ähm, schon was gepostet wurde. Jedoch wollen wir es nochmal im Voting von, äh, Facebook, äh, nochmal genauer haben. Deswegen haben wir uns eine Facebook-Seite angelegt. Die haben vielleicht schon, hat vielleicht schon der eine oder andere geliked, noch nicht so viele. Ähm, deswegen liked unsere Seite oder ihr müsst das nicht mal so liken. Ihr müsst einfach nur da bei dem Voting mitmachen, was ihr für Spiele sehen wollt. Und, ähm, ja, dann hoffe ich mal, dass wir dann dadurch, ähm, neue Spiele, äh, interessante Spiele von euch vorgeschlagen bekommen, die wir dann auch spielen können und dass uns alle, sag ich mal, mehr Spaß macht. Unsere Community wird dann dadurch immer nur noch stärker und besser. Ja, ähm, ich wollte nochmal den größten Dank an ConCrafter aussprechen, der für uns Werbung gemacht hat. Echt richtig supergeile Aktion von dir. Ja, wir sind so überrascht, dass wir wirklich so viele Abonnenten bekommen hatten, weil wir hatten vor 85. Und ich gehe jetzt mal auf YouTube und wir haben jetzt über 700 Abonnenten. Boah, das ist echt, das ist echt unglaublich. Da wollte ich erst nochmal meinen größten Dank aussprechen. Ja, genau. Ja, warum sonst? Ja, ähm, es gibt natürlich jetzt ein Problem. Vorher war das YouTube, denke ich, relativ egal, aber durch die hohe Abonnentenzahl hat YouTube, ist YouTube aufmerksam auf unsere Videos geworden. Und bei Call of Duty Edit Episode 2 wurde leider gesperrt, also in Deutschland zumindest, weil wir hätten Rechte gebraucht für die Musik. Und darum könnt ihr das Video jetzt nicht gucken. Wir probieren das Problem noch zu beheben. Ich denke, das werden wir irgendwie hinbekommen. Genau, das ist halt ein bisschen blöd gelaufen. Ungefähr eine Stunde, nachdem der Upload war, stand halt bei uns direkt gar nichts. Aber wir wurden halt angesprochen, dass man das Video nicht mehr sehen konnte. Deswegen, ja, tut uns echt leid. Und ich werde den, also ich habe das Edit gemacht. Ich versuche in Zukunft ein bisschen mehr darauf zu achten, dass ich wirklich die Lizenzen dafür habe oder es halt Lizenzfreie Musik ist. Ja, und dann wollen wir mal alle optimistisch in die Zukunft gucken. Genau, genau. Gut, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns hiermit. Wünschen euch noch alle frohe Ostern, da heute noch Ostermontag, ja Ostermontag heißt es, ne? Ja, klar, ja, ja, ja. Da heute noch Ostermontag ist, noch allen schönen Ostern und einen schönen Abend. Und wir sehen uns spätestens morgen. Eure Destiny Game Zone. Ciao.